ich bin schon wieder am verdursten das gibt es doch nicht die hier echt nix also nix wo du drücken kannst wo diese rein wir können ja auch irgendwelche anderen missionen müssen wir nicht unbedingt diese events machen müssen jetzt rein durch die tür hier ja ich bin aber nicht da rein da wurde vorher ich bin da ganz drüber ja kommst du ich bin gerade am schießen und gerade schießt überall ab schoss du bist überladen mal bitte nicht und komm mal durch die Tür tippen kann man sie machen ich bin durch schon ein rohr geklettert irgendwie du bist gestorben nee ich bin nicht gestorben ich habe gerade gesagt ich finde ich ein rohr geklettert ja ich hab auch ich bin hier auch gerade ein paar die ganze zeit am killen oh bin du le toll geil ich habe splittergranaten gefunden in der abgeschossenen kiste ich habe es jetzt gerade kein rohr ich sehe nur den breiten gang was im rohr im boden n irgendwo aber weiter hinten nach nicht vorne oder ich bin klein bisschen gelaufen schon ohne trage abschließend auf mich laute bestand recht oder keine Ahnung das Exit das ist wahrscheinlich hier im Grunde die Kremmer ich mach doch mal die Flotte einigen die sind alle Rohre ich sie hier können jetzt irgendwo runtergegangen ja Pascal weil die sich dann immer so mal zwischendurch mit Bekannten trifft und dann geht's Brunchen nennt man das ja glaub ich zum Mittagfrühstück nennt man Brunchen na aber das heißt Mittag ist es schon was ich kann halt Loot nicht sein lassen Mann das ist echt schlimm hier mit mir ich hasse mich selber da geht's so hoch ich komm zu euch ob ihr wollt oder nie das ist vor nicht was vor nicht dann guck du doch weiter wegen dem anderen wegen den Kühldingen weiß ich nicht aber was denn ich sag dann guck doch weiter wegen den Kühldingen die Türen hab ich ja gefunden die Tür durchgeh's äh sorry Hallo Fee hä? die Fee steht bei mir hier noch war hier irgendwo Hallo Fee Hi du bist doch hier strange bei mir steht sie hier noch bei mir steht sie hier noch ähm ah doch ich muss trinken voll strange voll strange die Geräusche die man hört äh da war das Rohr ich kann nicht rennen weil oh ich bin immer noch überladen das gibt's doch nicht Alter ich bin immer noch überladen als Gule das kann man jetzt so auch nicht sagen du musst mir auch mal was essen hier leider ich höre die aber ich seh keine mhm im Peck ja verfassend äh wo ist der Bio denn ich hab immer schön alleine das ist der Duo da oben ist der Bio da unten sind Gule ganz viele und da geht's zwar ziemlich weit ich dachte ich hätte gerade was gesehen ach die in der Nähe aufleuchtete Exit wie hast du geschossen ja alles klar das ist vollkommen ich hab für wen auch gedacht ich konnte nix angrabeln nein ich muss töten das kann nur Bio sein oh nein ich muss schon wieder meine Haarklammer ist mir abgebrochen ich muss dringend meine irgendwelche Sachen wegschmeißen verstanden alles mit Ultrazit bereiten und Strom liefern kann du willst noch die Caps verbauen ich lese hier gerade aber steht irgendwie nix geht leider nix Zementsack den soll ich mal wegschmeißen können schwer sein hä ich glaube ich wieder langsam die Sicherheitsabriegelung wurde aufgehoben hä warum laufe ich nicht schon wieder langsam die Reaktorabriegelung wurde aufgehoben heißt das jetzt wir sind wir sind gut oder nicht wenn dann aufgehoben worden ist warum aua warum aua weil mich einer von hinten angegriffen hatte hä warum laufe ich denn jetzt so langsam na gut jetzt kann ich rennen oder ist er vorher immer so langsam gelaufen wo habe ich schon wieder einen Back ah jetzt ah ok hier ist auch wieder so ein Ding wird aufblinkend aber eins ein Zeichen nicht ich schütze und diene äh was ich schütze und diene das gefällt mir jetzt gerade gar nicht so ich habe die freigelassen achso also da steht nix interessantes mhm ah Protektoren ah hallo mein Freund geh doch mal zum Zahnarzt man ey hat der mich festgebackt die Drecksau äh geh weg ist hässlich ey wo kommen die denn jetzt alle her ey huaaaa alter ach du scheiße wie knackt man nochmal die Terminals ja da musst du boah ist das Skill hier ah Skill oder ja das ist ja nicht das Problem das du musst das richtige Passwort herausfinden genau wir müssen raten es ist ein wenig raten nein wo bin ich jetzt hin aah nein das wollte ich nicht aah Ladebildschirm ja nicht ich wollte nicht da rein Mann ich wollte eigentlich nur die Lichtern machen ii huaaaa guck äh so ich wollte mal den Watz ausprobieren na gut dann Watz probieren wir später aus die Musik die hört sich irgendwie echt bedrohlich an gerade bin gleich schon wieder überladen weil ich wieder Schraubenschlüssel und alles mitnehmen hier ja bitte was ja auf die Temperaturanzeige einfach mal schießen kann man mal machen oder auch nicht da ist nichts drin glaube ich glaub ich zum Glauben geht man in die Kirche ich weiß oh nein ich bin schon wieder überladen oh ich das hasse ich bin jetzt in so einem riesen Kern Wasser Dingen fragt mich aber nicht wie ich hier hingekommen bin ich bin jetzt in so einem riesen Kern Wasser da war doch noch einer oder ey wer wirft meine Granate werfen ja werfen ich weiß nicht echt ich ich weiß nicht aber einfach als ob du schießen würdest na du hast sie ja nicht als Waffe ausgewählt außer nicht Treter als Waffe achso ich hab hier echt bedrohliche Kampfmusik ja weil ich die ganze Zeit angegriffen werde ich bin ja irgendwo ganz anders oh da da ist ein Hallo Ghoul geh doch mal weg junger oh noch einer ey das gibt's doch nicht ii den hab ich uuuhh jetzt treffen die noch mehr ich muss vielleicht mal ein bisschen Radarwei nehmen Moment ich will Radarwei nehmen Uuuhh ёh Christoph starle silzoneyl er hat radarwei verdünnt wie wahrscheinlich getan ok ich hau hier ab dann Macht Greetings nein ich weiß nicht Lass uns hier nicht alleine nein wir auch Wir haben eh nur noch sechs Minuten, wir schaffen das nicht. Oh, da steht er dir. Alter! Und ich gehe bestimmt nicht weiter alleine gegen diese Maschinengewehrgeschütze vor. Ich bin irgendwo, ich weiß es nicht, in so einem, ich sag mal, Wasserspeicher oder so gerade. Oh, Mann, schon wieder eine Kiste. Nein, meine Haarklammer. Soll ich mir die Haare jetzt machen? Echt jetzt? Ey, da bist du eine Kiste am Aufmachen und greif dich ein wilder Gulen an. Gibt's doch nicht. Was war das? Ich hab hier... Oder? Ne. Ja, doch, doch. Ah, Superkleber. Geil. Jetzt schaffen wir alles. Wir werden da durchspielen, ich hab Superkleber gefunden. Okay. Hey, unten ist der Pack. Guckt man denn da irgendwo durch? Wann ist das denn vielleicht die Lösung? Was gefunden, wo man reparieren konnte? Ja? Ja, ja. Reparieren wir. Uah, 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 uah. Hab ich doch. Wir sind so fucking viele Gule. Oh, wir sind überall fucking viele Gule. Hä, wieso rennt denn der weg? Hat der Angst, oder was? Äh, der rennt hinterher. Hä? Die rennen alle hinterher. Oh, Don. Lass doch mal wegrennen. Höh. Pff. Idioten. Höhöh. Jetzt kommen sie alle wieder gleich. Pass auf. Reaktorresisten bin ich jetzt gerade. Ja. Stimmt. Bitte, ich bin tot. Nee, warum? Oh nein. Komm, wir doch alle wieder. Stimmt doch mal, Mann. Warum bist du tot? Na, tot, Ben. Weil im Reaktor kriegst du auch Rat, ne? Ja, ja. Du hast dein Leben. Bist du Red-Eggsingen? Was ist denn der Aufseherin eigentlich? Nein. Haben wir noch nicht weitergemacht. Alter! Okay, dann folgt mir mal. Achso. Ich bin noch hier irgendwo fest. Okay, warte. Ich geh, glaub ich, raus hier. Ich geh raus gerade. Ha! Alter! Da legst du hier aber nieder, ey! Radaray muss ich mal hinnehmen. Ja, mit Red-X kannst du dafür... Oder Rad-X. Wie sag mal? Red-X, ne? Mit Red-X kannst du das ein bisschen unterdrücken, dann kriegst du nicht so viel Strahlung sofort, wenn du dann zum Beispiel in so einem Reaktor rennst. Gut. Hörst du mir mal vorhersagen können. Ja, man kann auch vorher lesen, das heißt man doch als... Als noch. Fall Out, hallo! Hallo, ja, 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 ja. Ich habe noch nie Fall Out. Geht doch nicht, hallo, ey. Ja, echt, da kannst du doch nicht Fall Out 76 mit uns spielen. Oder 77. Äh, 76. Voll gruselig auf meinem Pass-Ausweis-Bild. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Natürlich! Es läuft direkt ein Verbrannter vor mir. Warum dann auch nicht? Ja, natürlich! Warum auch nicht direkt eine Selbstschussanlage? Geil! Ach, das ist so alles, ja, zum Kotze, da, das gibt's doch nicht. Jetzt treffe ich nicht mal. Nicht eigentlich. Verletzt. Also ich. In, 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 in. Nein, warum nehme ich denn jetzt schon wieder einen Sack Zement mit? Ich wollte doch nichts, wollte ich ein Haus bauen hier oder was? Ja, komm schnell, hier ist eine andere, die, die, die ist einfach, die wir machen können. Jetzt muss ich erstmal wieder alles aus, aus, auswerfen. Weil die andere ist jetzt eh vorbei. Ja, aber wo? Äh, bei der einen Stadt in der Nähe. Weiter oben, also, weil... Moment, ich muss erstmal den Sement-Sack hier loswerden. Nein, das geht. Wenn du auf die Dinger, dann kannst du ruhig überladen, kein. Wenn du die Events, ja, ja. Sag mir, jetzt erstずces. Es geht mir, aber auch komischerweise, gerade, mein, 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 mein. Meindings nicht wieder hin, ah, egal. Wow, ein einziges Ding, der repleneng Broker. wo soll er jetzt hingereist Jo wo bist du ich bin gerade im Gebäude rein du bist im Gebäude drin also das was hinter dir ist wenn du da hinspawst auf gut Deutsch ja mach ich eben halt nur bin ich eben halt alleine hier unterwegs du 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 ja als er drin wir müssen da zu dem Koffer da warte mal ist es vielleicht draußen nächster Koffer ne ich glaube das ist das sonstige ich glaube wir sind hier falsch du 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 ich bin irgendwo geschossen wir müssen da raus schüsse werden laut hier hier wird laut ein bisschen ja warum laut schüsse hier sind überall schüsse wo ich gerade bin ah Luca Cola Fabrik au ich bin auf die Schnauze geflogen ja irgendwie bin ich irgendwo über so ein steigen gestolpert viel abgeschlossen ich glaube wir haben es eh jetzt geschafft oh nein oh nein Luca Cola Berg Kanava auch können jetzt mal wieder so ein bisschen hallo leider wohl aua gestroffene gibt es mich hier gerne ein bisschen ich hasse google sind doch ganz genau gucken wir müssen ja keine events machen wir können auch einfach so rumlaufen mit mir ist es auch gekommen ich habe ich jetzt gemacht eine baggerkarte karte des bergarbeiters ich habe hier um die humanit gefunden weil ich jetzt gerade nicht mehr wusste wohin gesprungen sein und keiner mit mir gesprochen hat bin ich einfach durch hier gegen gerammt so nuka cola fabrik und da ist irgendwie so ein da kannst du irgendwas kaufen an so einem automaten sind eine baggerpartie weiße in der baggerpartie boah brauche ich fusionszelle brauche ich ne fusionskern brauche ich ne fusionskern brauche ich ne fusionskern brauche ich für die genau die zellen für waffen genau für so so das nie im pro naja für ganz bestimmte ich weiß nicht ob die impulsien so so laserwaffen man nicht tatsächlich ja lato in ruhe nach jungen auch meine waffe ist fast aufgebraucht flaschi die 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 maskottchen von luka cola heißen übrigens flaschi und korki flaschi und korki praktischer pistol dann wusstest du glaube ich oder? ja ich finde ich finde ja ich hab ich hab ich hab's noch gespielt also was hast du gesehen? und du siehst das ja auch bei fallout shelter glaube ich stimmt da kommen irgendwann flaschi und korki ne? ich habe noch nie fallout gespielt und du war mein haupt raus ne hab ich erst noch nie raus eigentlich gar nicht so ja das ist jetzt auch kein muss also das hat ja jetzt wirklich was mit fallout zu tun das war nur noch immer so dass ich da bin ne ist aber auch weil ich gerade an der luka cola fabrik bin und da steht nämlich gerade flaschi ich bin ja auch eigentlich nicht für dieses pay to win weil das ist ja fallout shelter jetzt mal ganz ehrlich ja ja wobei mir das trotzdem sehr gut gefallen hat ja aber du kannst eins muss man dem ja auch lassen das heißt pay to win du kannst ja mittlerweile durch diese mission das hattest ja früher nicht du hast ja jetzt diese mission ja ja genau schon länger diese mission zu tragen du kannst ja auch diese lunchboxen finden genau genau da hab ich sogar mal echten einen coolen begleiter gefunden ja ja ein hund hollot shelter hab ich auch gespielt ah nein ich wollte nix laden ich weiß nicht ich wollte nix rein ja das ist der einzigste nachteil dass du nicht weiß ob du ob du ne ladesequenz im nächsten äh beim nächsten tür öffnen hast oder nicht habt ihr denn eigentlich schon mal die vorherigen fallorteile gezockt ich mein gut fallout 76 hat jetzt auch nicht für die chemische fallorteile ich hab gar nichts fallout 4 ja aber nicht mal durchgezockt weil ne das ist mir hier zu gruselig ich geh hier wieder raus sonst scheiße ich mir in die hoes fallout 3 ne hab ich auch nie gespielt fallout new new vegas hat ja echt mega viele äh mods mittlerweile ne ja fallout 3 auch fallout 3 auch ich habe ich muss ganz ehrlich sagen ja da konntest du auch schon deine eigene siedlung bauen also mit diesen mods ja ja jetzt weiß auch warum in fallout 4 das mit dem siedlungspaket da mittlerweile bei gewesen ist ja weiß ich nicht das konntest halt bei new vegas auch da konntest hat sie so ne brami da konntest du mit deine eigene siedlung achso ok aber ich muss ganz ehrlich sagen ich habe wirklich noch nichts von fallout so an sich noch nie na gut wie gesagt fallout 76 oder 76 hat echt überhaupt nichts mit fallout an sich jetzt zu tun also mit dem mit dem normalen also ist kein fallout 5 ein solcher auch nicht aber ich habe trotzdem geliefert weil der nächste fallout 5 müsste ja auch noch was dauern ich glaube im nächsten fallout würde ich es aber spielen um etwas böse zu meinen ja die neue diablo version welche für handy gab es die ja aber wobei es war es war eigentlich kein wunder habe ich habe ich nicht geguckt glaube ich da würde ich nicht rein auch wenn da mir eine quest angezeigt wird ist glaube ich augenblick das rekord alter wie viel sind das rekord rekordmäßig die schlechteste bewertete video bei youtube von diablo von blizzard da den trailer ich weiß es nicht ich fand es jetzt meist gehatet ähm wie heißt das nochmal diablo im 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 ich weiß jetzt nicht genau wie das heißt ist eben halt eine mobile version ich gehe nicht in das haus ey ich gehe nicht in düstere häuser bei fallout das ist nicht zu gut eigentlich nicht alleine aber sind wir ehrlich zeitwerte und auch noch nicht für diablo 4 oder ich nein fellerweise was sagst du denn zu der overwatch helden na 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 ja lakke irgendwie jetzt grad voll die lacks ich warte ich selber ja 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 ich daher ich kein overwatch danke ja gut ich finde die die haben sie echt echt nice gemacht mhm das ist ein geiler gegenpack so äh boah ey ich ach ja stimmt die die doge die spielt ne ja aber die doge jetzt die frage das ist ein sexy Charakter ist ist doof das ist ein geiler sexy weiblicher Charakter ja 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 jetzt machen sie mir aber den gar aus weil ich bin nicht tot hier das geht so nicht mann muss nachladen ich bin immer noch an der Luca Cola Fabrik meine Waffe ist kaputt ich kann ja nicht zu dir warum kannst du nicht zu mir ich sehe bio oder ist bei mir ja ganz woanders ja weil ich nicht wohl habe ich auch vorhin mal gesagt gehabt ich weiß nicht wo ihr seid und ihr habt mir nicht gesagt wo ihr hingeht doch wir haben ein paar mal gesagt nach oben wenn ihr aber in Gebäude geht kann ich ja nicht nachreisen da ist schon wieder Event startet Poseidon neu das neue wo seid ihr wo bist du hin der ist gar nie zu uns gekommen weil er nicht wusste wo ihr seid ihr seid einfach irgendwo reingegangen ich bin bei der Luca Cola Fabrik ich hab mich ja nicht gewollt weiße das stimmt nicht ich hab ich hab ich hab ein iphone ich hab ein kaputtes iphone machten er weiß ich kommt zu dir nee ach ich komme auch zu euch bin jetzt ich gehe ich gehe noch mal zu Poseidon aber dann müssen wir das ja auch bei dir in der Nähe ist das bei mir denn hier ja doch recht neben dir da sind ja da sind diesmal andere spieler so beanspruche die werkstatt mache ich aber nicht nicht